Große Ladenwohnung, Halle, Innenstadt, näher Steinplatz, ein Zimmer zur Straße, obenrum alles mit Laminat, großer Dielenbereich, neue Elektrik. Hier hinten ist gleich Platz für eine Garderobe oder Abstellkammer, Abstellbereich, kommen wir in den Toilettenbereich, kommen wir gleich zwei Toiletten, einmal Jungs, einmal Mädchen, große Toilettenbereich, alles gefließt, alle zauber, gehen wir in den nächsten Raum, jetzt haben wir zwei Räume noch nach hinten, in den Hof, vorne raus halt die Straße, mit dem Ladengeschäft, hinten raus grün, sehr ruhig, wie gesagt, wir liegen noch ein paar Lampen für oben, wenn es ein Büro wäre, oder nicht, oder wie auch mal, ist vorhanden. Heute haben wir noch einen Raum, können wir mal in die Küche einbauen, mit jetzt noch eine Dusche dazu, da ist die Gastherme, der Raum geht auch nach hinten raus, sehr ruhig, ich habe ja gesagt, Ladenwohnung, jetzt müssen wir hier vier Stufen nach unten, jetzt haben wir hier zwei große Schaufenster, jetzt haben wir hier im Ladebereich riesige Küchenteile, große Tür, zwei große Schaufenster für Werbung, sehr hell, sehr groß, das war's schon wieder, euch einen schönen Tag, Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü